Das Schlimmste an München ist, mit dem Auto hätten wir 13 Minuten gebraucht und mit den öffentlichen müssen wir 45 Minuten hier in Prag. Aber wir sind jetzt da. Was machen wir hier? Wir gehen in die Kirche, aber ich sehe keine Kirche. Siehst du eine Kirche, Ilona? Aber ich sehe da hinten was und zwar gehen wir heute in die Kirche und zwar im Showpalast. Das war jetzt da das ICF das erste Mal und das Coole an so großen Kirchen ist ja, dass man nicht früh morgens aufwachen muss, sondern man kann ausschlafen, den ganzen Tag genießen und dann abends um 18 Uhr können wir in die Kirche gehen. Also wir mussten uns erst Tickets holen, also natürlich umsonst, aber das Problem war halt, dass wegen Corona und sowas die ein krasses, strenges Hygienekonzept aufgebaut haben, damit halt nur 500 Leute da reinpassen. Normalerweise fassen da um die 3,78 Milliarden Menschen rein, aber ja, heute sind es nur 500 Menschen oder so viermal Daumen. Und es war so schwer ein Ticket zu bekommen, das war schlimmer als eine Playstation zu bestellen. Also ja, wir waren ein paar Stunden vielleicht zu spät und dann sind schon fast alle Tickets weg gewesen. Naja, wir schauen uns das erst mal an. Hallo ihr zwei, habt ihr eure Tickets ready? Ja, hier unter die Kamera halten, den QR-Code. Genau. Ja. 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 Wie ihr hier sehen könnt, ist wegen der Hygiene und so müssen wir natürlich abschneiden. Hier, ich reporte diese Frau, sie muss ins Gefängnis, weil sie keine Maske angezogen hat. Hello Sunlight! Noch mal einen kleinen Applaus! Mehr denn je ein wichtiger Bestandteil ist, um den Glauben zu erleben, um Hoffnung, um Perspektive zu bekommen. Und du merkst gleichzeitig, dass Corona natürlich im Dezember 2020 bedeutet, dass hier sehr viele Reihen abgesperrt sind. Die Tickets waren ja auch gleich weg. Der Grund ist der, dass wir mit der Stadt sprechen. Wir sind dankbar, dass wir überhaupt heute Gottesdienst feiern können. Das ist ein drittes Jahr. Wir sind hier halt in der Glauben der Stadt. Die Stadt entrepreneurship. Wie ist die Stadt? Wir sind ein drittes Jahr. Wie ist die Stadt? Wir sind hier. Wir sind hier. Wir sind jetzt in der Stadt. Aber wir freuen uns darüber, dass wir das hier machen können. Und ich möchte dich in die Weihnachtsgeschichte mit reinzunehmen. Ich weiß nicht, wie viel du mit Gott oder mit Kirchen zu tun hast, mit Weihnachten zu tun hast. Ob Weihnachten für dich was Kitschiges ist, wo du sagst, naja, das ist so eine Sache mit der Krippe. Und so einmal im Jahr als guter Bayer geht man halt in die Kirche am 24. und sagt einfach, na gut, hören wir uns wieder mal das Märchen an. Aber die Challenge ist, das weiß ich aus meinem Leben und ich denke, das kennst du auch, dass ich selbst bei den nächsten Menschen umschau' rum oft nicht aus Liebe handel. Oft nicht aus liebevollen Gedanken habe, nicht liebevolle Taten habe. Das heißt, ich verfiele das Ziel von Liebe. Das ist das zweite Symbol, die Wehgablung. Das nennt die Bibel Sünde. Ich weiß nicht, was dein Berg ist. Vielleicht ist dein Berg wirklich, dass du am Limit bist gerade, was Beziehungen angeht. Vielleicht ist dein Berg deine Familie. Menschen, die du liebst, die mit Gott nichts zu tun haben oder vielleicht ist es Zukunftsangst. Vielleicht ist es eine Sucht. Vielleicht ist es die ganze Corona-Situation. Wir werden alle gemeinsam beten, hier in diesem Raum. Wir sind jetzt rausgeschmissen worden, weil wir mussten sofort weglaufen. Wir konnten an keinem Ort bleiben. Darum musste ich jetzt erst hier hinlaufen, um sozusagen einen Abschluss zu machen. Ja, es war sehr interessant. Ich finde es ein bisschen extrem, wie weit wir auseinander saßen. Also es war gefühlt, wir saßen zu zweit da und dann waren, glaube ich, zehn Plätze links und rechts noch frei, bis die nächste Person gekommen ist. Ich finde es so extrem, dass wir hier jetzt irgendwie fünf Meter Abstand haben mussten bis zum nächsten. Aber wenn wir zum Beispiel mit der U-Bahn zur Arbeit fahren, weißt du, dann sitzen wir alle so extrem nebeneinander, weißt du. Also wir machen schon, ich habe schon so viele Memes darüber gesehen, dass, oh ja, komm, wir treffen uns zum Essen in der U-Bahn, weil da kann man sich ja anscheinend treffen. Naja, ist ja auch egal. Wir hatten uns auf jeden Fall Spaß, war ein sehr interessantes Erlebnis. Und falls ihr die ganze Predigt gucken wollt, ich packe einen Link unten in die Kommentare, in die Beschreibung. Und sonst, war es das, oder? Dann sage ich nur, Kori, hier, ihr da, alles klar. Oh nein! 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 Oh nein!